Ich fass es nicht, dass wir uns deswegen streiten. Ich mein, wenn wir schon streiten, dann soll es doch wenigstens wichtig sein. Ich mein, die diskutieren wir doch, wie wir noch über nach New England zu ziehen, anstatt darüber, wer jetzt die U-Bahn nimmt, oder nicht? Jetzt sind wir plötzlich bei New England? Sollten wir nicht? Warum sollten wir? Soll das heißen, wir können nicht reden? Soll das heißen, dass wir gerade nicht reden? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Ich mein, mir geht's schlecht, denn dir geht's schlecht, nur weil's mir schlecht geht, weil es dir schlecht geht, nur weil ich dir sag, dass du mir stets sagst, dass ich dir nie sage, was ich für dich empfinde. Hätte ich gedacht, du denkst, dass ich nicht daran denke, was ich denke zu teilen, meine Reaktion auf deine Reaktion, auf meine Reaktion, wär sicher klar gewesen. Ich hatte Angst, du wärst voller Angst, dass ich dir sage, ich hätte Angst vor Zärtlichkeit. Wenn für dich mein Problem gar kein Problem ist, dann ist das Problem vielleicht nur Co-Abhängigkeit. Ja, ich weiß, dass du jetzt weißt, ich hab nichts gewusst, du wusstest es nicht, sag ich, nein, das heißt bei mir, ja, ich weiß, und jetzt weiß auch ich, dass du wusstest, ich weiß, du verjährst mich. Ich lock falsch zu, ja, du lachst falsch zu, sag ich, lege falsch, mehr als nur falsch, als du fragen wolltest, es ging um das Ding mit dem Ring, ob's mein, wenn ich sag, in der Sinn gefährlich. Ich war Arsch und du warst Arsch und ich war Arsch, wie war das mit, du blöder Arsch? Und wenn ich du, ich würd's tun, so wie du, wenn ich so und was tu und dann so und was, bringen wir das Ding mit dem Ring. Ich war Arsch und ich war Arsch und ich war Arsch. Und wenn ich so und was tu und dann so und was tu und das Ding mit dem Ring. Jetzt ist es nicht mal draußen, vieles macht ja Sinn. Es ist wie Uhr früh und hier ab, die Stunde ist mal, und wir sind nicht mehr geil. Komm los, wir haben uns hin.